Wie ist der Business Partner hier bei der Open Mentoring Lounge, weil wir die Chance haben wollen, uns junge Studenten vorzustellen und vor allem den Studenten, die bis dato noch nicht die Chance hatten, sich mit Unternehmen zu unterhalten, die Chance zu geben, Fragen zu stellen. Offene Diskussion darüber, was ist es, was ein Berater macht, was ist es, was wir als IsCana Business Partner machen und einen Einblick in unseren Alltag zu geben und vor allem die häufigen Fragen, was passiert in einem Case, was passiert in einem Bewerbungsgespräch zu beantworten, sodass diese dann, egal wo sie sich bewerben, einfach eine gute Chance haben und bereits einen ersten Kontakt zur freien Wirtschaft hatten. In erster Linie geht es uns darum, wirklich die Rolle des Mentoring hier wahrzunehmen und einfach was mitzugeben und den Leuten auf der einen Seite zu zeigen, worauf es bei uns ankommt, den Berateralltag mitzugeben und wenn sie danach rausgehen, die Studenten und sagen, okay, ich habe einen besseren Eindruck von dem, was uns im Berateralltag erwartet, wie man sich bewirbt, welche Fragen kommen können, sind wir glücklich, wenn sie danach rausgehen und sagen, IsCana Business Partner ist eine super Firma, freuen wir uns natürlich noch mehr und perfekt ist es, wenn wir irgendwo ein Match finden und man sagt, okay, da wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten. Wenn sich ein Student bei IsCana Business Partner bewerben will, muss er mitbringen. Er muss sicherlich analytisch stark sein, er muss in allererster Linie, aber unternehmerisch denken können und auch gut mit Menschen arbeiten können, damit wir wissen, dass wir eine Person haben, die wir gut weiterentwickeln können, indem wir ihn auch direkt zum Kunden schicken, auch direkt exponieren zu Aufgaben, zu Problemstellungen, zu Projekten und er muss in unsere Kultur passen. Er muss ein Mensch sein, der viel lacht, der gut reinpasst und auch Teil unseres Teams sein möchte.